In diesem Video geht es um sogenannte Zellenformatvorlagen und um Tabellenformatvorlagen. Ich habe hier die Zelle Bertha 18, da wurde eine Berechnung bereits durchgeführt, also eine Summenberechnung. Und ich möchte jetzt diese Zelle ein bisschen anders formatieren. Ich möchte eine andere Füllfarbe verwenden, vielleicht ein bisschen intensiver. Ich möchte eine Rahmenformatierung mit einer einfachen Ober- und einer doppelten Unterlinie haben. Ich hätte gern das Währungsformat mit keiner Dezimalstelle und ich will das Ganze noch ein bisschen fett darstellen. Dieses Erscheinungsbild möchte ich in Zukunft auch in anderen Tabellenblättern innerhalb dieser Datei schnell verfügbar haben, ohne dass ich jetzt mit dem Pinsel lang herum hantieren muss. Dann kann ich mir dafür eine Zellenformatvorlage machen. Das heißt, ich markiere diese eine Zelle, die bereits formatiert ist, wähle meine Zellenformatvorlagen aus und finde hier einen Eintrag Neue Zellenformatvorlage erstellen. In diesem Dialogfenster gebe ich dann den passenden Namen für diese Zellenformatvorlage an, sagen wir mal Demo und bestätige das Ganze mit OK. Möchte ich jetzt irgendwo eine Berechnung durchführen, zum Beispiel hier soll auch eine Summenberechnung durchgeführt werden und jetzt will ich auch diese Zelle formatieren, kann ich auf meine Zellenformatvorlagen zugreifen, die benutzerdefinierten scheinen hier oben auf. Ich kann also einfach diese Zelle anklicken und habe jetzt alle Formatierungen, die ich in dieser Formatvorlage eingerichtet habe. Natürlich verhält es sich genauso bei den anderen Zellen, auch mit diesen Zellenformatvorlagen. Ich kann hier dem Computer mitteilen, dass ich hier eben auch Berechnungen durchführen möchte. Auch hier bilde ich noch eine Summe und jetzt möchte ich diese drei Zellen gemeinsam mit dieser Zellenformatvorlage versehen, öffne das Listenfeld, wähle Demo aus und die sind jetzt alle genau gleich formatiert. Gewisse Zellenformatvorlagen sind bereits vom System aus vorgesehen, so wie hier zum Beispiel Gut, Schlecht, Neutral. Wähle ich jetzt also zum Beispiel Gut oder Neutral aus, ich klicke hier mal auf Neutral drauf, dann bekommt meine Zelle die Formatierungen, die in dieser Formatvorlage aufscheinen. Genauso natürlich, wenn ich Schlecht anklicke, das war die falsche Zelle, ich wähle diese Zelle aus, wähle Schlecht aus und dann habe ich die passende Farbgebung. Schauen wir uns den Fall der Tabellenformatvorlagen an. Ich habe hier einen Datenbestand, der noch nicht speziell formatiert wurde. Ich stelle mich in irgendeine Zelle dieses Datenbestandes hinein und wähle als Tabelle Formatieren aus. Ich bekomme hier verschiedene Kategorien, Hell, Mittel, Dunkel, entscheide mich für irgendeine Variante meiner Wahl. Der Computer versucht den Zellbereich selbstständig zu erfassen. Das ist hier passiert mit A1 bis Gustav 201. Ich bestätige das Ganze und habe jetzt eine formatierte Tabelle. Es werden allerdings nicht nur die Zellen formatiert, es passiert noch wesentlich mehr. In der ersten Zeile bekommen Sie nämlich automatisch eine Filtermöglichkeit dargestellt. Sie haben in den Überschriften kleine Schaltflächen mit Pfeilsymbolen. Wenn ich auf diese draufklicke, kann ich damit filtern. Möchte ich also zum Beispiel nicht alle Regionen, sondern nur Nord und Süd. Wähle ich den Eintrag aus, bestätige das Ganze und somit bleibt nur mehr Nord und Süd übrig. Vielleicht eine Lieferung nur an einem bestimmten Tag, sagen wir am Freitag und dann bleibt dieser Datenbestand übrig. Zusätzlich zu meiner formatierten Tabelle bekomme ich auch die Tabellenformatoptionen im Register Entwurf und könnte mir hier zum Beispiel auch eine Ergebniszeile einblenden. Wenn ich das gemacht habe, bekomme ich im unteren Bereich automatisch eine zusätzliche Zeile und hier kann ich jetzt auch Berechnungen durchführen lassen. Zum Beispiel möchte ich gern die Summe der Beträge haben für die gefilterten Datensätze. Und für Nord und Süd, jeweils freitags, bleibt dann in diesem Fall dieser Gesamtwert übrig. Hier habe ich noch eine Anzahlberechnung drin, das heißt, ich sehe auch, wie viele Einträge das sind. Wenn ich jetzt meine Filterung ändere und ich sage zum Beispiel, es soll nur West angezeigt werden und ich möchte die Lieferungen nur vom Montag sehen können, dann ändert sich hier automatisch das Ergebnis. Ich bekomme den neuen passenden Gesamtbetrag und die Anzahl auch dargestellt. Interessiert mich jetzt nicht die Summe, sondern zum Beispiel der Mittelwert, dann kann ich hier natürlich über das Listenfeld genauso den Mittelwert auswählen. In den einzelnen Spalten kann ich den Filter natürlich auch jederzeit wieder rausnehmen, die Filterung also deaktivieren und der Computer zeigt mir dann in der letzten Zeile den Gesamtwert an, also 200 Datensätze und hier, wenn ich jetzt zum Beispiel wieder auf die Summe umstelle und die Spalte ein bisschen breiter mache, dann sehe ich der Gesamtbetrag über alle Datensätze würde 612.202 Euro betragen. Diese Ergebnisse kann ich natürlich auch jederzeit wieder ausblenden, wenn ich sie nicht haben möchte und dann habe ich nur den reinen Datenbestand dargestellt. Also das ist das Tabellformat. Es ist also deutlich mehr als nur eine Farbzuweisung, sondern da stecken noch weitere Funktionen im Detail, vor allem gern die Filterfunktion, die man immer wieder benötigt. Das ist das Tabellformat. Das ist das Tabellformat. Das Ist eben nicht das Tabellformat. Vielen Dank.